moin sonntag hier schön zu hören von mir bei nesca the game auf der playstation 3 wir befinden uns beim neuen rennen in richmond auf dem international raceway alles in virginia es geht los wieder eine relativ enge strecke ja was ich sehr mag finde ich gut grüne flagge mit 1 von 20 ist auch schon ganz gut mit kontaktlos erste kobe vorbei platz hat sich drei plätze gut gemacht da ist einer ganz gut eben rausgesprungen es gab es keine geflagge das war nicht gut für ihn aber ich komme schleudern aber da geht es ein bisschen bremsen vorbei an der kurve zumindest in den armen ein bisschen angestoßen so ich muss mich mal sortieren platz 31 runde 3 läuft die mauer die kurve war gar nicht gut genug aber gut noch ist zeit sind noch relativ am anfang des events windschatten sehr schön auch nicht die mauer mitgenommen die meistens sonst üblich bei meiner fahrqualität aber wieder ins schnell angekommen zeit verloren runde fünf viertel ist um aber ich konnte schon die schnellste runde fahren mit 22 07 das finde ich schön das sieht gut aus so auf geht's wieder auf start und ziel und 6 für meinen vordermann macht ein ausflug ich glaube der ist noch ganz gut weg gekommen und wenn nicht soll es mir egal sein ich will nach vorne 28 das kommt zur gelben flagge das war vorhersehbar aber nun gut was wäre ein naskeren ohne eine phase das wäre ungefähr so wie wenn mir keinen vergleich einfallen würde so wie im moment scheiß drauf es kommt zum fliegenden start es ist hier wohl so was wie nachtgrenzen im himmel ist dunkel die flutlichter sind am leuchten um mal so ein bisschen von neben der strecke zu erzählen mit wem es denn interessiert also mich interessiert es eigentlich weniger weil ich will jimmy johnson kylie und kurt jagen die alten drecksäcke sind platz 1 2 und 3 in der gesamtwertung runde 10 also halbzeit platz 19 joe ich krieg euch noch die haben bestimmt schon piep in hause nein und dann gibt es die gelbe flagge zum zweiten maul in diesem spektakulären rennen ich bin ja schon ziemlich lediert das heißt ich mein auto auch nur ja mal gucken wo ich rauskomme ich glaube ich war platz 19 bin mir nicht ganz sicher mal gucken nee sogar 16 14 von 23 von 20 20 runden scheiße schon mehr geöffnet das ist jetzt jetzt ist ja gleich kaum noch zeit hier irgendwas zu reißen oh man da hätte er doch weiterfahren können die flagge hier völlig unnötig aber nur gut wenn das die rennrichter so entscheiden dann wird das wohl so sein sind wahrscheinlich irgendwelche amateure nächstes wochenende sind sie wahrscheinlich dabei die miss virginia zu küren ich komme jetzt ziemlich weit nach außen los schön speed drauf warum ist kein windschatten vielleicht weil ich nicht direkt im auto war ich weiß man elfter platz ein eingehen wieder weit nach außen auf geht's in runde 18 von 20 jeden moment wir bremsen da kommen ein bisschen ein paar plätze da kommen und jetzt keine gelbe flagge mehr verdammt neiner habe ich es gesagt da kommt schon wieder eine ich hoffe das rennen wird jetzt verlängert also platz 18 finde ich ein bisschen nö will ich nicht ich will schon noch weiter nach vorne da würden ein paar mehr runden noch ganz gut tun 1 2 3 4 5 6 7 8 19 bin ich elfter mal gucken ob ich richtig gezählt habe ja obwohl ich doch in mathe immer so schlecht war na gut mein mathe lehrer von nein da kommt keine gelbe flagge nie ne nein doch aber wann kam die das ist die frage ich wollte sagen noch gerade mein mathe lehrer wird stolz auf mich sein dafür wird nicht mein sportlehrer jetzt wahrscheinlich sehr sehr auslachen nein ich bin ganz hinten das gibt's doch nicht oh nein aber das ist ja 41 von 43 vorletzte runde und das war ja schon wieder ein rennen jetzt kann man in die tonne treten dabei habe ich schon so viele rück äh so viele punkte rückstand auf die wm oh man ey krass jetzt kommt das nicht vorbei aber Schadensbegrenzung los nein mauer nein letzte runde 30 oh nein das kann doch nicht wahr sein nein fuck was für ein beschissenes rennen ey das sah es die ganze zeit so gut aus oh man ah das ist ja immer total verzwickt ey da läuft das ein rennen wieder gut letztes rennt zweiter und hier schon wieder ganz ganz weit hinten 30. Platz man ich guck auf den wm gesamtstand bin insgesamt bin insgesamt da und 69 punkte rückstand auf Kylie Bush schon wieder oder Kyle Busch je nachdem in seinem schwulen Toyota hm ja da muss sich was ändern das muss besser werden also 69 punkte das wird jetzt langsam ein bisschen sehr anstrengend alles klar man wird sehen macht's gut macht's auf jeden fall besser bis dann nach einem habe ich